Ähm, ich bin da komplett falsch. Ah. Das ist das mit zwei Masten, ne? Ja. Ich sehe gerade nicht mehr so klar. Juhu! Ach, Nö, ist es da? Der hat wieder besoffen. Lalalala. Ja, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Gehen wir mal auf Paypal. Ich nerv dich jetzt. Ich bin nicht. Jetzt haben wir die Käfige nicht. Müssen wir die Käfige doch noch holen, oder? Haben wir die Quest noch? Oder ist sie schon abgelaufen? Aha. Ähm, wie kann ich das jetzt gucken? Mit E? Ne? Ah, ich habe gar keine Quests mehr. Schiffanpassung. Ich glaube, ich muss das nochmal machen. Weil Paypal hat gar nichts empfangen. Oh. Viel zu teuer. Jetzt haben wir keine Quest. Äh, das ist doch gestern welche angenommen. Wo sehe ich denn die? Ähm, gute Frage. Du bist unten an dem Tisch, sehr wahrscheinlich. Aha. Oh. Hinter der Treppe. Was ist der Tisch? Aha. Du hast drei, oder? Ja. Dann leg mal hin. So? Abstimmen? Das Gold eines armseligen Peter Hoppen. Da müssen wir hin? Äh, du kannst ja die Map aufmachen, so gesagt. Also, E. Du gehst auf die Karte oben. Auf diese Insel müssen wir. Ja, super. Die ist genau vor uns, die Insel. Mhm. Glaube ich zumindest. Dass er sich eingekreist hat. Ah ja, ja, definitiv. Das ist eigentlich geradeaus, ha? Das ist ja super. Schaffen wir das jetzt mit dem? Ja, schon, ne? Ja, du musst ein bisschen mehr laufen. Du musst jetzt halt zwei Masken bedienen. Ey, ich würde mal den Anker hochziehen. Ach, weißt du, ich bin jetzt so blöd für das Ganze. Ähm. Ich spiele zu viele Spiele. Ah, und dann hier. Und das auch, sind wir dann viel schneller. Ja, ja, ja. Die sind aber dann auch so schnell bremsen können. Ja, ja. Kein Problem. Das ist ja blöd. So, dann muss ich hier wieder so und so. Ja, du machst das schon. Bös. Alles alleine? Da hinten ist ein Schiff. Zwei Master? Das weiss ich doch nicht. Zwei Master. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe nur Segel vor mir. Ja, halt mal das Schiff still. Aber das Segel da vorbei, das hat uns sicher nicht gesehen. Da, oh, da kommt auch eins. Ich sehe nichts. Das ist ein... Ich glaube auch so. Nee. Nur mit einem Segel. Wenn ich das richtig erkenne... Ich kann nicht mehr sagen, ob das zu... Nee, ich glaube, das geht auch von uns weg. Aber das hier, weiss ich nicht. Ist das die Insel hier? Sollte die sein, ja. Muss ich das jetzt... Ähm... Der Anker. Ach so, du hast... Wo, äh, wie, wo? Wo ist denn der Anker? Vorne. Wieso denn vorne? Naja, abwarten. Wie gesagt, ich habe noch nichts. Komisch. Die warten immer noch auf eine Rückmeldung vom Paypal. No. Ich finde es halt scheiße, dass ich mich nicht einlocken kann. Also, jetzt müssen wir hier einen Schatz suchen. Ja, machst die Karte auf. Und auf der Karte ist ja ein X. Aha. Wo war jetzt die Karte? Gott, bin ich blöd. Ja. Hier. Du nimmst die Schaufel und dann fängst du an zu buddeln an dieser Stelle. Ja, so weiss ich doch nicht, wo das ist. Hm? Aber du hast gar keine Karte. Doch, wenn ich F aufmache, schon. Also, Q. Es ist irgendwo, da, keine Ahnung, aus Klettermarsch. Musst du sich halt ein bisschen orientieren. Da diese Dings da? Also, das ist der Scheißspitz. Das heißt, es geht da rein. Und etwa hier ist der Schatz, wo ich stehe. Da musst du buddeln. Was ist hier? Ja, buddeln mal. Au. Siehste, schon gefunden. Ja, Pfadfinder. Ja. Und jetzt? Wie nehme ich den rein? Graben und graben und graben bis sie oben hast. Tada. Ja. Jetzt habe ich eine Mission. Ah, du hast was gefunden. Hm. Also eine Flasche habe ich gefunden. Flaschen-Bass. Ähm, wo war das jetzt, oh Gott. Äh. Hä? Was suchst du? Ja, die Sachen, dass das lagern kann. Ähm, Holzfass, so. Und dann hast du es hier. Das donnert da, so ist es. Oder kommt der Stub auf uns zu. Krug erforderlich, um Krog nachzufilmen. Oh. Oh, nee. Yay, ich habe noch eine Trille gefunden. Ich lag so im Wasser. Hi. Irgendwie. Ist es ein Gewitter, oder? Jo. Ich gehe mal davon aus. Oder siehst du ein Schiff in der Nähe? Ja, keine Ahnung. Hast du zu Ende getan? Unten. Gut. Weil da vorhin nur zwei da in der Nähe waren. Deswegen. Oh, wir müssen weg. Geh weg. Wir müssen weg. Weg, weg. Sofort. Da sind eins, zwei, drei, vier Schiffe. Die, oh, ja. Auf Wiedersehen. Ich bin, warte mal, ähm. Warte mal, ich muss. Ja, hilf da, oder Anker? Ja, ich bin runtergefahren. Äh, was muss ich machen? Anker. Anker. Wo ist der Anker? Da, wo ich bin. Ach so. Ich bin am Tritt drin. Ich bin sie weg. Schnell. Was muss ich hier? Segel, was? Segel lange einstellen? Ah, die bekriegen sich. Scheisse. Ja, eben. Und wir sind da ganz, äh. Ja, blöd. Äh. Ah, ich sehe mich. Stehen die richtig, ne? Gut. Und dann müssen wir das hier auffüllen. Also, eine ist geladen. Oh, scheisse. Wo sind denn hier diese Fässer, wo die Kugeln drin sind? Unten. Unten. Oh, Holzfass. Hier. Ich brauche keine Kugeln. Oh, dann wäre vier. Ja, ein bisschen grösseres Schiff. Boah. Okay. Habe ich jetzt alles? Hier noch. Hey, hey. Ich glaube, sie sind davon gekommen. Aber ich sehe nichts, was vor uns ist. Das ist das Problem. Ich bin Spierin Prue. Aha, Ausguck, Prue. Ja. Ein Auge, oder wieviel? Dann kann ich mich besaufen, oder, dass du es merkst. Ja, bis du runterfällst. Ja, vorhin, ja. Ähm. Wann mal, ähm. Da-da-da-da-da-da. Also, in normaler Sicht, ne, ist nichts mehr. Wo sind denn die jetzt hin? Hinter uns sind die. Ist das ein Hafen da vorne? Rausen posten. Sieht eher aus wie ein... Hä? Rausen posten. Jo, da kann man die Truhen abgeben. Also, die lichtigen Horizonten. Aha. Da hinten ist ein Schiff. Uh, ein grosses... Zwei sogar. Hm? Wo sind sie da unten? Äh, warte mal, ich weiss gar nicht, wie stehe ich denn? Keine Ahnung. Ich weiss, dass hinter uns mehrere Schiffe sind. Wo ist hinter? Einfach... Ich sehe nicht... Äh, ich sehe gar nicht runter. Warte mal, so... Ja, hinter uns. Äh, wo? Das sind zwei. Das eine kommt direkt auf uns zu, ne? Ja. Ja, das ist nicht schön. Das weißt du doch gar nicht, vielleicht sind die friedlich. Glaubst du selber nicht. Das Ganze gross ist doch grösser als das, was wir haben. Das facht Spannung. Also, kann ich die Segel... Nein. Ähm. Anker runter. Nicht drehen! Runterlassen! Ja. Was? Den Weg? Nein! Pfui! Was muss ich denn machen? Nicht drehen! Der geht von selbst runter. Aha! Nur für hoch? Ja! Bist du zu weit gefahren? Ja, leg mal den Rücken ins Gang ein. Ja, also... Ja. Jetzt solltest wir mal noch eine Fahrprüfung machen, hier. Ah, eine Truhe nehmen. Und da bist du wieder schnell. Natürlich, bevor sie jemanden klaut. Die Truhe des Seefahrers, dann nehme ich die, ne? Hm? Okay, ähm... Da schwimmt's mit seiner Kiste. Auch davon. Wo ist der Scheiß-Verkäufer? Ah, da. Wow! 1004! Haben wir denn das... Wird das geteilt? Oder ist das... Wie funktioniert das genau? Das ist einfach ein gemeinsames Einkommen. Aber jeder bekommt, glaubst du, so viel in der Gruppe über. Was? Probe mit ihrem Billigtruhen da. Boah, das war sich ja alles kitsch. Ah, klar. Was? Wieso denn? Das war alles Schokotala. Ja. Oh, Mann. Und was ist jetzt... Ähm... Jetzt hab ich da... Das Ansehen, das hab ich noch nicht gerafft. Anzeigen ist ja der Ruf. Bei ihm da. Mhm, mhm. Dann zahlt er besser. Äh, du musst die... Sachen freischalten oben. Die Beförderung. Hello? Oben links. Kostet ja was. Ich schnauss nicht. Ach so, bei Angeboten. Aha. Goldräuber. Gewährt Zugang zu Goldräuberfahrten. Das muss ich. Äh, ja. Du hast ja die nächste verfügbare Beförderung. Du hast einen dicken Button unten dran. Okay. Da ist bei dir auch 5 oder so. Keine Ahnung. 10. 10 sogar. Okay, und das kannst du machen, dann kriegst du die nächstbesseren Seefahrten, also Schatzkarten. Und jetzt könnte ich da noch für 200 Goldjunge. Weiß ich, ob es schon gesperrt ist. Ist es noch gesperrt, Goldjunge? Nein. Und dann kann ich hier noch eine Schaufel des lausigen Sammlers, könnte ich auch. Aber es braucht nicht. Also musst du verdauen, ob du es machen kannst. Also diesen Goldjun... Jetzt glaubst du 10, der andere war, glaubst du 5. Und dann kommt erst mit 15 Goldmatrosen. Genau. Okay. Und jetzt... Ähm... Jetzt ist die Quest fertig, oder wie? Jetzt haben wir abgeschlossen. Jetzt könnten wir die nächste Aufgabe ablegen. Von ihm? Ja, ich hab glaubst noch eine. Ach so. Also... Dann muss ich da keine annehmen. Kannst du. Bleibt ja gespeichert. Hallo? Ähm... Und was? Also die kosten 40. Jo. Ist egal. Ähm... Nehmen wir die goldene Mitte. Okay. Ah, jetzt... Ah, jetzt sind die anderen gesperrt. Okay. Okay. Genau. 아, ich finde, etwas von. Vielen Dank.